Als nächstes am Start sehen wir Jutta Störzner mit Kenia und die beiden Starten für das Agility Team Hasbro. Viel Glück euch beiden. Bereit halten wir die Startnummer 83, 84, 86 und 88. Sie gibt da siehst du das, sie macht so und sie zieht weg und dann kommt das ins Klaget. Und dann schreit sie hin nach, fahr schnell, nein, fahr schnell, nicht allein, wir können auch nicht drauf kommen und flügt schon. So, die beiden sind im Ziel mit zwei Parkourfehlern der Zeit von 40.06.